Herzlich Willkommen in der Aquarellschule LAD Fee. Heute werden wir miteinander, obwohl es Sommer ist, es ist dieses Jahr ein bisschen ein regnerischer Sommer, wo wir sehr oft Nebel haben und ich bin im Moment sehr mit dem Graalsthema, Arthus, Merlin und so weiter beschäftigt, deswegen wird es heute eine Graalsburg sein. Parzival wird unterwegs sein dorthin und zu Beginn jetzt noch ein paar schöne Sommereindrücke. Hier die Margaritenwiese in unserer Nähe, da finde ich jedes Jahr sehr schöne Margariten und nun noch ein paar diesige Nebeldunstbilder und dunkle Waldeindrücke, genau so wie wir sie anschließend in unserem Bild zaubern wollen. Dieses Dunkle der sagenumwobenen Wälder. Shallbeamwobenen Wälder.